Nimmt dieses Dings jetzt schon auf? Hallo Sky, Klangforscher-Winner? Ah, nimmt auf. Hey, liebe Klangforscher-Winner, hier spricht euer ALC, euer Acoustical Life Coach oder so ähnlich. Super schade, dass wir heute keinen gemeinsamen Meet haben, aber meinen historischen Strickworkshop konnte ich leider nicht verschieben. Ich habe mich selbst geärgert, ich habe aus Frust schon eine ganze Packung Hundopus-Cracker verdrückt. Von mir nur, die Projekt-Tage mit euch waren ein einziges Kunstschweben. Ich freue mich sehr für euch, ihr habt den Preis verdient. Fire together, das coole Projekt. Dank an alle, die das Projekt ins Leben gerufen haben, weitergeführt haben, drumherum organisiert haben und mitgemacht haben. Esst frisch gedruckten Kuchen und lasst es krachen am besten mit Easy Klacknog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.